Musik Ich hab die Taschen voller Gold. Wunderbares, schönes Gold. Das Problem ist, es ist nur Spielzeug. Also alles doch nicht so Gold, was glänzt. Man darf der ganzen Sache nicht auf den Leim gehen. Täuschung, Lüge. Das hebräische Wort AVEN bedeutet so viel wie Täuschung, Lüge, Sünde. Allerdings durch punktuelle Veränderung, sprich durch eine kleine andere Vokalisation, wird aus diesem Wort AWON. Nicht AWEN, sondern AWON. Und das wiederum heißt Vermögen, Kraft, Reichtum. Ganz oft werden in der hebräischen Sprache die kleinen Vokale weggelassen. Da muss man also ganz genau hinschauen. Ist Trug, Lüge, Täuschung gemeint oder Reichtum und Vermögen? Die Wurzel von beiden ist dasselbe. AWN. Die Wurzel ist das, was alles entstehen lässt und was alles zusammenhält und was dann am Ende für Früchte und für Blüten sorgt. Wie aber kann aus ein und derselben Wurzel einmal Mühe, Lüge und Täuschung kommen, aber auch Vermögen, Kraft und Reichtum? Ich finde das interessant. Die Tora bringt die Ambivalenz des Lebens auf den Punkt. Das Leben verlangt uns viel ab und es ist täglich Last und Mühe. Mose drückt es einmal so aus. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als pflügen wir davon. 92. Einen Augenblick lang haben wir bei und von allem Mühen den Eindruck, wir haben etwas geschafft, wir haben etwas in der Hand, wir haben es hinbekommen, alles wie immer. Und dann denken wir so wie bei den Händlern Kanaans, wie Kanaans Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gerne, denn er sprach, ich bin reich, ich habe genug. Aber all das ist falsches Gold. Das ist Täuschung, Lüge und Betrug, eben Awon. Was aber würde Veränderung bringen? Vielleicht genauso wie in der Etymologie, eine kleine punktuelle Abweichung. Das Abweichen vom eingeschlagenen Kurs, Weichenstellung. Zurück und hinweichen, wie es der Prophet Hosea seinem Volk vorschlägt, so bekehre dich nun zu deinem Gott. Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Eine furchtbare Krafterfahrung musste Israel mit eigenen Augen sehen. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. Awon, Psalm 105. Sie selbst vertrauten ihrem Gott und wurden aus Ägypten geführt, mit Glanz und Gloria, mit ganz, ganz viel Gold. Und das heißt, in Psalm 105, es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen, er führte sie heraus mit Silber und Gold. Und mit diesen Taschen voller Gold kommen sie mitten hinein in die Ambivalenz des Lebens. Das Gold aus Ägypten für das goldene Kalb oder das Gold aus Ägypten für die Bundeslade. Der Reichtum kam in diesem Fall vor dem Fall. Und es war eine Herkulesaufgabe für Mose, das zurechtzubringen. Eine Entscheidung, die bis heute jeder treffen muss. Wir haben so viel Reichtum angehäuft, so viel Gold in den Taschen. Wollen wir es nun den Götzen opfern und das goldene Kalb damit schmieden? Oder wollen wir das, was wir haben, das ganze Gold, dem Höchsten geben und alles zu seinem Lob und zu seiner Ehre einsetzen, damit wirklich alles Gold bleibt, was glänzt. Die Devise ist einfach. Gott schenkt die Kraft, dann wird daraus Vermögen und Reichtum. Gott nimmt die Kraft. Dann wird alle Liebesmühe peinliche Mühe. In diesem Sinne, Shalom.